Deutschland reagiert auf die explodierenden Energiekosten und spannt einen Milliarden-Rettungsschirm. Damit sollen nicht nur Haushalte, sondern auch Unternehmen entlastet werden. Doch wie hoch ist dieser Rettungsschirm, wann kommt er und wie greift er? Nun ist also aufgespannt der deutsche Rettungsschirm. Nach langen Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und den Landesregierungen steht fest, dass Deutschland 200 Milliarden Euro in die Hand nehmen wird, um den Privathaushalten und der deutschen Industrie unter die Arme zu greifen. Schon im Dezember sollen erste Entlastungen in Höhe von 9 Milliarden Euro greifen. So müssen Gaskunden im Dezember keine Abschlagszahlung leisten. Die Kosten dafür übernimmt der Bund. Das betrifft sowohl Haushalte als auch kleinere Betriebe. Ab 2023 kommen dann Strom- und Gaspreisbremsen. Und dann gelten ab 1. März, so sieht es die Bundesregierung vor, Obergrenzen, Deckel eben für den Strompreis und für den Gaspreis. Wobei zum Beispiel bei Haushalten von einem 80%-Zockel, bei der Industrie von einem 70%-Zockel und dann von subventionierten Preisen auszugehen ist. Was bedeutet das aber nun im europäischen Kontext? Das bedeutet vor allem für die deutsche Industrie eines, Sicherheit und Planbarkeit. Und das ist in Zeiten wie diesen natürlich sehr, sehr viel wert.